Warum Außenseiter? Weil ich im Herzen glaube, dass im Herzen fast jeder ein Außenseiter ist oder diese Erfahrung schon gemacht hat. Und das finde ich eine ganz wichtige, elementare Erfahrung, genauso wie dazugehören. Das finde ich zwei ganz elementare Erfahrungen. Und jemand, der das nie hatte, diese Erfahrung in seinem Leben, wird sehr eindimensional sein und sehr wenig Mitgefühl haben. Aber wenn man sich deine Geschichte anguckt, diese große Familie, das Elternhaus, das Hotel, Boston und so weiter und so fort. Also eigentlich habe ich nicht bei dir das Gefühl, dass du jemand warst, den man in die Mülltonne gesteckt hat, das Allerplatteste zu nehmen. Also ich habe bei dir eher das Gefühl gehabt, wenn man so deine Sachen liest, dass du so ein jemand bist, der dazu gehört eigentlich auch, der einen stabilen Freundeskreis hat und so weiter und so fort. Also dieses Außenseiter-Thema und das Anderssein, also gerade Außenseitertum, das habe ich… Das kennst du nicht, hast du nicht entdeckt bei meinem Gefühl? Nee. Doch, das gab es, ganz sicher. Na klar, schau mal. Kind mit zugeklebten Auge. Ach wirklich? Ja, also nicht mal in der Schule, da war das eigentlich nie so ein Thema. Bei mir war es so, da siehst du mal, wie taktisch meine Eltern vorgegangen sind. Die haben eben gesagt, du musst raus, du hast jetzt die Wahl, du kannst entweder Kampfkunst machen, also von Sport oder du gehst zu dem Fahrtferner, bin ich zum Fahrtferner gegangen. Und das war eine Clique, wo ich einfach, wo alles, was ich konnte, nichts wert war. Also das war einfach eine, das waren relativ prollige Jungs und da ging es halt dann um Teenager-prollige Jungs rauchen und so und da hatte ich halt keinen Stich. Und das hat, glaube ich, zwei Jahre gedauert und es gab etliche Anrufe von mir, weinend in damals noch Telefonzellen, oh Gott, und Fahrrad hängt im Baum und so. Also da, das war keine coole Zeit für mich. Und da wurde ich massiv gedisst und dann war, also ich weiß, wie das ist, gedisst zu werden. Und tatsächlich gab es da von meinem Vater, von meiner Mutter, sollen wir dich holen oder wirst du da bleiben? Und irgendwann kam bei mir der Punkt, dass ich, und ich habe das Gefühl jetzt auch wieder im Nachhinein, das war auch wieder keine bewusste Entscheidung, dass ich da geblieben bin, bis ich dort akzeptiert wurde. Und dass ich da ein Rüstzeug bekommen habe und ich glaube, meine Eltern haben das irgendwie bewusst gemacht, der muss irgendwie in der Gemeinschaft klarkommen, der Typ, weil er nie in Gemeinschaften war. Und der muss das irgendwie lernen, der muss abgeschliffen werden, der Kiesel. Das waren die Pfadfinder, das war dort. Und bis ich dort, dann kriegst du so eine dicke Haut, du kriegst eine Art von Zynismus, Ironie. Dieses Männlichkeitsgehabe musst du dir irgendwie anziehen, was ich alle Jungs irgendwann... Ja, Gockel. Das Gockel-Gehabe, das musst du irgendwie lernen, um dich nach oben zu arbeiten und später musst du es dann wieder entlernen, damit du nicht verhärtest, ja. Und das habe ich dort irgendwie gelernt und dann hat es irgendwann funktioniert und ich war nicht mehr unten, sondern ich war irgendwo mit oben. Dann kam die nächste arme Generation von Leuten hinterher. Das war irgendwie ein Junge, der die Lippen nicht richtig über den Zähnen, weil die Zähne so groß waren zusammen. Das hat schon gereicht. Das Einzige, was die dauernd gesagt haben, oder die dauernd zu ihm gesagt haben, ist, mach meinen Mund zu. Mach doch meinen Mund zu. Also du bist so grausam. Und ich war einfach nur froh, dass ich nicht mehr unten war. Aber du hast nicht mitgemacht? Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich da der Hero war. Also ich glaube nicht, dass ich... Nee, ich habe nicht richtig mitgemacht. Ich habe auch sicher nicht geschützt. Und ich habe bestimmt auch ein, zweimal mitgemacht. Also vielleicht nicht so in der Brutalität. Aber ich war erst mal froh, dass ich da unten weg war. Also das war das Learning von da. Und das war, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung. Insofern weiß ich das sehr wohl. Und selbst jetzt noch gibt es dieses Gefühl. Und ich glaube aber mittlerweile, dass jeder das halt hat. Deswegen bin ich dann vielleicht kein Außenseiter mehr. Weil ich glaube, dass alle Leute, die ich kenne, irgendwo dieses Gefühl kennen und haben. Das heißt, dieses vielbeschworene... Wenn du jeden Einzelnen anschaust, jeder Einzelne hat doch seine eigene Einsamkeit da drin. Und deswegen, das finde ich jetzt einen ganz wichtigen Brennstab. für meine Arbeit. Deswegen bin ich da sehr froh drüber. Du hast gesagt, das ist eine wichtige Erfahrung gewesen. Ja. Also keine schöne. Genau. Aber würdest du sagen, dass es eine gute Erfahrung war? Nee, also gut im Sinne von wichtig, ja. Aber keine schöne Erfahrung. Du bist Vater. Ja. Das ist ja öffentlich, ja. Ist das etwas, was du so auch machen würdest? Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es gut für mich war. Ich glaube, es wird mir sehr schwer fallen. Ja. Ja. Also ich glaube, also ich weiß, es ist ein sehr spezifisches Problem. Also wenn mein Kind nur in der Legokiste versinkt und irgendwie rumspinnt und nur sich so quasi in seine Fantasiewelt bewegt, würde ich auch wahrscheinlich versuchen, gegenzusteuern. Ja. Und sagen, komm raus. Und es war auch wichtig, dass meine Eltern das gemacht haben, dass sie mich rausgeholt haben. Jetzt bin ich jetzt einfach nur so ein Nerd. Ja, ja. Es ist ganz, es ist ein, also ich glaube, mein Kind ist älter als das, was du so zu Hause hast. Das, es beschäftigt mich ganz viel, diese Fragen. Ob man so, was macht man? Ja, ich glaube, also wenn du jetzt eine Sache, die mir so beifällt, jetzt in diesen ersten zwei Jahren ist, dass ich ein bisschen finde, mein Job ist, schon auch mir zu überlegen, was ist denn gut für das Kind? Ja. Und zwar nicht jetzt, was will das Kind, sondern was ist gut für dich? Und da kann ich auch, werde ich viele Fehler machen, ja. Aber trotzdem, das ist ja ein bisschen so mein Job. Und ich glaube schon, dass man ganz oft ein gutes Gespür dafür hat, was ist gut für dieses Kind und für das andere ist wieder was anderes gut. Ja. Aber dieses Außenseiter sein ist ein massiver Motor und für alle Geschichten und ich glaube, vielleicht ist es auch das, wo die Leute andocken. Warum docken die Leute bei Harry Potter an? Zu 100 Prozent. Warum Bastian bei der unendlichen Geschichte? Also wer will schon jemanden sehen, der King of the World und ich bin so supergeil? Warum schaut man House of Cards an? Weil der Typ sagt, ich fixe sie alle, ja. Ja, und warum eigentlich? Also warum will er das eigentlich? Ja. Genau. Und das macht es spannend.